Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Geschichten sind toll. Heute liefere ich die 8 Naturgeschichten von Hermann Lönz. Es sind schöne Tiergeschichten, aber die Wildnis kann auch manchmal hart sein. Wenn du es lieber durchgängig friedlich haben möchtest, empfehle ich dir den Märchenschatz. Ich verlinke ihn dir in der Videobeschreibung. Und wenn du keine Erzählung mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Marquard Es ist still im Walde, feierlich still. Der Wind hat sich gelegt, das Schneetreiben hört auf. Es fallen nur noch einige verlorene Flocken aus dem immer heller werdenden Himmel, an dem jetzt die Sonne zum Vorschein kommt. Die Stämme der alten Buchen schimmern in ihrem Scheine wie Silber. Das Laub der jungen Bestände lodert goldrot auf. Sogar die kalten Klippen bekommen eine warme Farbe. Und grell leuchten die gelben Flechtenkringel an ihnen. Es ist so heimlich still, dass das schüchterne Gepiepse der winzigen Goldhähnchen, die in den Wipfeln der Tannen umherflattern, und das bescheidene Locken der Goldfinken, die an dem Hange entlangstreichen, weithin vernehmbar ist. Sogar die Rötelmaus, die über das Falllaub huscht, verursacht ein auffälliges Geräusch. Und das Klopfen des Spechtes hört sich an, als geböte er Schweigen. Da gällt ein Gekreisch durch die Stille. Ein scharfes, schneidendes Gekreisch. Vom oberen Hang kommt es, wird weiter unten aufgenommen und setzt sich bis dahin fort, wo die Dickung an das helle Holz stößt. Noch einmal erschallt es, aber schwächer. Und dann ist es wieder still, bis auf ein kurzes, halblautes Geraschel zwischen den mosigen Felsbrocken. Hier treten drei Rehe umher, freuen sich des Sonnenscheins und plätzen im Dürrlaube nach Buch. Als das Gekreisch begann, hoben sie die Köpfe, sicherten einen Augenblick und nun schlagen sie weiter das Altlaub fort, ab und zu eine Buchnuss aufnehmend und zermalend. Auch der alte Amselhahn, der nicht weit von ihnen im Mose nach Schnecken scharrt, hat aufgemerkt, kratzt nun aber weiter. Er weiß es, dass ihm keine Gefahr droht. Sonst würden die Markwarte nicht so bald aufgehört haben zu warnen. Einer von diesen, welcher zuerst meldete, als die Rehe unsichtbar für ihn in den Jungbuchen entlangzogen, schwebt jetzt wie ein märchenhafter, großer, bunter Schmetterling aussehend mit lautlosem Flüge zu Boden, stochert mit dem starken Schnabel im Laube umher, füllt sich den Kropf mit Buchnüssen, fliegt auf ein Felsstück, wirkt die Nüsse wieder heraus, klaubt sie auf und verzehrt den Inhalt. Herrlich ist er anzusehen. Das Rumpfgefieder ist zartrötlich-braun. Die schwarz-weißen Flügel haben himmelblaue, zierlich gestreifte Achseln. Der Grund des Schwanzes ist ebenso geziert, und die gelblich-weiße Holle ist schön dunkel getüpfelt. Nun ist der Heer mit seinem Frühstück fertig. Ein Weilchen hockt er ruhig da, zupft dann ein Federchen zurecht, sträubt darauf den Stirnschopf, bringt ein paar leise Quietsch- und Schnalztöne hervor, nimmt ein dürres Zweigchen, wirft es in die Luft, hopst auf alberne Art auf dem Felsbrocken hin und her, macht einen Knicks, schnalzt und quietscht wieder, legt die Haube an, macht sich ganz klein und dick, ist auf einmal wieder groß und dünn, richtet die Haube auf, späht nach der Klippe, kreischt gellend auf und flattert so schnell er kann in die alte Samenbuche hinein, von wo er aus gellend zetert, fortwährend dabei von Ast zu Ast hüpfend und immer nach der Klippe spänt. Sein Warnruf findet überall Antwort. Aus den Fichten kommt ein Heer geschwebt, lässt sich auf der krummen Linde, die aus der Feldspalte herausragt, nieder, reckt sich fast den Hals aus und schimpft aus Leibeskräften. Noch ein Heer taucht auf und ein Dritter, Vierter und Fünfter. Oben am Hange, rechts und links und unten im hohen Holze, keift und kreischt und zetert es. Nun legt auch der Amselhahn, der sich in den krausen Holderbusch geflüchtet hat, los und schimpft, was er kann. Der Zaunkönig schnarrt dazwischen, die Meisen fallen ein, der Buntspecht warnt ebenfalls, und die Krähe, die ernst und würdevoll auf der Spitze der höchsten Buche über dem Hange sitzt, stößt einen heiseren Wutschrei aus. Sobald der Heer aufkreischte, hoben die drei Rehe zwischen den Felstrümmern die Häupter und eugten unverwandt dahin, wo der bunte Vogel hinschrie. Als dessen Sippe dort immer heftiger warnte, traten sie recht unruhig hin und her. Und nun flüchteten die beiden Kitze, von der Ricke angetrieben, in das Altholz hinein, wo sie eng aneinander gedrängt eine Weile stehen blieben und nun weiter bergab trollen, ab und zu verhoffend und hinter sich sichernd. Auch ein Hase, der hinter einem halbverrotteten Wurfboden im Halbschlafe lag, richtet sich auf, lässt die Lauscher spielen und hoppelt schließlich langsam, scheinbar verdrossen, zu Thaler. Ein Eichkätzchen, das mit einem Tannenzapfen im Maule dahergehüpft kommt, erklimmt eilig eine Fichte und birgt sich in deren Wipfe. Immer schärfer und schneidender wird das Gekreische, bleibt bald auf derselben Stelle, zieht sich dann langsam den Hang entlang, schwillt an, ebbt ab und verdichtet sich nun zu einem wahren Tollhauslärm. Es gilt dem Fuchse, der bei dem scharfen Winde und dem wilden Schneetreiben die Nacht über im Bau geblieben war und den jetzt der Hunger hinaustrieb. Er will zusehen, ob er nicht ein laufkrankes Reh reißen oder einen Hasen im Lager übertölpeln kann. Oder, hat er damit kein Glück, ein paar Mäuse zu haschen vermag. Er steht am Rande der Dickung, schnuppert in der warmen Rehfährte umher und schielt verdrießlich nach den bunten Waldpolizisten, die ihm, wie so oft, den Pirschgang zu verderben drohen. Dreimal hat er, des Lärmes satt, einen Tannenhorst angenommen und da gewartet, dass die Schreihälse sich verziehen sollten. Sobald er aber den Kopf herausstreckte, ging das Geschimpfe von Neuem los. Er sieht ein, dass es auf diese Weise nicht geht, verschwindet in der Dickung, drückt sich in eine schmale, von Bergholder überwucherte, von Waldrebe besponnene Schlucht hinein und kommt weit von der Stelle, wo die Heer Wache halten, wieder zum Vorschein. Dort sperrt er lange umher, schleicht sich hinter den Himbeerbüschen entlang, gewinnt das dunkle Stangenholz, schnürt darin eilig entlang und wendet sich nach dem Erlensumpf, aus dem das Bächlein herausquillt. Er weiß, dass es da immer Mäuse gibt. Er lauert ein wenig, horcht scharf dahin, wo es eben raschelte, macht einen Sprung, greift die Waldmaus, die von einem Wurzelstock nach dem anderen schlüpfen wollte und schluckt sie hinab. Dann duckt er sich und eugt scharf nach den eingesprengten jungen Tannen, denn dort bricht es. Seine Gehöre richten sich auf, seine Seher weiten sich. Ein führerloses Rehkitz, kümmernd und abgekommen aussehend, zieht dort entlang. Leise zuckt die weiße Blume an der Lunte Reinickes. Einen Augenblick prüft er den Wind. Dann schleicht er nach dem nächsten Buchenstamme und von diesem zu einem anderen und von da weiter. So behutsam, so leise, dass weder Halm noch Blatt knistert und kein Dürrast knickt. Nun zaudert er, denn vor ihm steht ein hohes, dichtes Himbeergestrüpp und so muss er nach rechts, wo der schöne, reine, weiche Schnee liegt, auf dem es sich lautlos pirschen lässt. Aber dort ist wenig Deckung und so eugt er nach links, ob er von da aus nicht besser an das Reh herankommen kann. Aber da geht es über ihm los. Ätsch, 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 krie ätsch! Und Iget, iget, iget! Und Tarr, tarr! Und Zarr, zär! Und Tick, 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 tick! Und Tick, 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 tick! Der Heer hat ihn gewahrt und warnt. Und Amsel, Zaunkönig, Meise und Buntspecht helfen ihm dabei. Das Kitz sichert, tritt hin und her, treut dann der engen Tannenschonung zu und taucht darin unter. Böse eugt der Fuchs hinter drein, überlegt einen Augenblick, schleicht in den dunklen Stangenort zurück, um von da unter Deckung nach der Schonung zu gelangen, in der das Rehchen sich geborgen hat. So ärgerlich wie er dem Reh, sieht der Förster hinter ihm her, der von dem Pirschsteiger aus ihn einige Zeit beobachtete und ihn in Gedanken schon am Rucksack hängen hatte. Einen bösen Blick wirft er dem Heer zu, der jetzt bergan schwebt. Er überlegt, ob er weiterschleichen oder warten soll. Da kreischt am Ende des Stangenholzes abermals ein Heer auf und so giftig, dass es nur dem Fuchse gelten kann. Vorsichtig sieht der Förster dahin und seine Minen hellen sich auf. Denn da ist der Fuchs schon wieder. Behutsam streicht der Förster an einer Tanne an, zielt kurz und im Knall schlägt der Rotrock ein Rad. Der Heer kreischt, die Amsel schimpft, der Zaunkönig und die Meisen zetern um die Wette. Der Förster aber legt die Hand an den Hut und grüßt nach dem Heer hin. Dieses Mal hat ihm der Waldpolizist, der Marquardt, der ihm so manchen Bock und Fuchs vergrämte, einen Gefallen getan. Glitsch Knixchen, die Wasseramsel, saß mitten im Bache auf dem gischt umsprühten Felsblocke und sang. Was machte es ihr aus, dass Schnee die Ufer verhüllte und die Wellen im Bache am Randeise klimperten? Sie sang, wenn es ihr passte und nicht wie die anderen Vögel zu den von der Natur festgesetzten Zeiten. Mit einem Male brach sie ihr niedliches Liedchen in der Mitte ab, schnurrte über die wilden Wellen, fiel auf einer anderen Klippe ein, knickste dort in einem Fort und schimpfte ärgerlich, denn bei ihrem Lieblingsplatz tauchte Glitsch auf. Glitsch hatte ihr zwar noch nie etwas getan, aber darum traute sie ihm doch nicht, wie allem, was keine Federn am Schwanze hatte und größer als eine Maus war. Und obgleich Glitsch, wie er da so auf dem Steinblock gesaß und sich die Mittagssonne auf den Balk schienen ließ, ein Gesicht machte, als nähre er sich von grünem Grase, Knickschen wusste, dass das nicht der Fall war. Glitsch, der Otter, reckte sich und streckte sich, kratzte sich hier und da und gähnte von Herzen. Aber dann verschwand er blitzschnell in dem Strudel, gerade rechtzeitig genug, dass der Schrotschuss, den der Jäger ihm zugedacht hatte, dahin traf, wo Glitsch sich eben geregelt hatte. Aber als der Jäger, der zufällig des Weges gekommen war, noch dastand und ein dummes Gesicht machte, war der Otter schon unter Wasser ein ganzes Endebach aufgeronnen, hatte, wenn ihm die Luft ausging, unter dem hohlen Ufer die Nasenspitze herausgehalten und schließlich einen Graben angenommen, der in den Bach mündete. Dieser Graben war breit und tief, dicht mit Büschen bestanden und roch ausgezeichnet, nämlich nach Forellen. Von allen Fischen schätzte Glitsch dieser am meisten. So schwamm er weiter, tauchte ab und zu auf, um zu atmen, wodurch er hier den Eisvogel ärgerte, der auf einer Weidenrute saß und auf Erlritzen passte. Und da eine Krähe, die am Ufer auf eine Maus lauerte und Beine auf den Rücken fiel, als der Otter vor ihr aufging, sodass sie vor Schreck fast vergaß, dass sie Flügel hatte, um endlich unter dem Schreckensgequarre »Gewalt, Gewalt« von Dannen zu taumeln, worüber Glitsch entsetzt untertauchte und erst dann wieder aufkam, als das Wasser ihm ganz nahe Forellenwitterung zutrug. Da schlüpfte er in einen dichten Weidenbusch, schnüffelte erst lange nach allen Richtungen, ob es nicht irgendwo nach Mensch oder nach Hundröche, schüttelte sich darauf und zog gierig und sehnsüchtig den Duft ein, der von dem Quellteiche kam. Nach Forellen roch es, nach schönen, fetten Regenbogenforellen und nach den noch leckereren Bachfohren. Glitsch liefen silberne Geschmacksfäden aus den Mundwinkeln, denn in den letzten Tagen war es mit dem Fange schlecht gewesen, weil wegen der Schneeschmelze in den Bergen sowohl die Forellen wie die Eschen sich vor dem Trübwasser in die tiefsten Uferlöcher gesteckt hatten. Der hungrige Freifischer meinte, es sei eigentlich noch etwas zu früh, um zu rauben, aber da sein Magen allzu sehr drängte, gab er seinem Herzen einen Stoß und sprang auf den Damm. Es passte ihm wenig, dass ein paar Krähen, die auf dem Eise herumwatschelten, mit viel Getöse seine Ankunft verkündeten und darum rannte er schnell den Damm entlang der Stelle zu, wo er offenes Wasser roch, plumpste in die eisige Flut hinein, schoss in ihr entlang, trieb die starken Zuchtforellen vor das Abflussgitter, fing die dickste, fraß sie, indem er sich unter dem Eise am Ufer festhielt auf, machte es mit einem Dutzend ihrer Genossen ebenso, schlüpfte dann aus dem Eise heraus, machte sich ein Lager in einem Haufen dürren Schilfes und schlief vor Müdigkeit bis in den helllichten Morgen hinein. Er wurde erst wach, als Tritte den Boden erschütterten und eine Hundeschnauze in dem Schilfe herumschnüffelte. Noch ganz dumm vor Schlaf fuhr er aus dem Lager heraus und dem Hunde, einem kleinen Teckel entgegen, der ihm an den Hals wollte, aber jaulend zurückfuhr, als Glitsch ihn in das Maul biss. Und dann brüllte eine Mannesstimme, Schnell, schnell, Herr Müller, ein Otter, schnell, schnell! So hurtig wie ein Wiesel warf sich der Otter von dem Damm in den trockenliegenden Streckteich, rannte ihm entschlang und fuhr, als das Getrampel und Gekläffe immer näher kam, in einen Durchlass. Aber da ging es auch schon, Hu, Fass, Männer, so schön, Männer, Hu, Fass, Fass! Und hinter ihm her schlief der Teckel ein. Eilig wollte Glitsch an der anderen Seite heraus. Da fuchtelte ein Stock darin herum und Transtiefel versperrten die Öffnung, während von der anderen Seite Männer ihnen die Keulen zwickte. Vor Wut und Angst besinnungslos drehte der Otter sich um, wollte den Hund überrennen und als das nicht ging, biss er zu, dass die Knochen knackten und schoss über den jämmerlich winselnden Hund ins Freie. Zwei Schrotschüsse knallten hinter ihm her und ein Fluch, denn kein Schuss hatte getroffen. Während der Teichaufseher und der Arbeiter schimpfend den Teckel untersuchten, dem ein Ohr fast abgebissen und dessen Rute an der Wurzel glatt durchgebissen war, rannte Glitsch so schnell er konnte dahin, wo er das nächste Buschwerk witterte, fand einen Graben, schwamm in ihm entschlang und war bald im Walde. Dort verkroch er sich in einem Busche, verschnaufte eine Weile, suchte sich dann ein Versteck unter dem hohlen Wurfboden einer umgewehten Fichte, lag dort im Halbschlafe, bis die Amseln mit Gezeter schlafen gingen und die Eule auf Raub ausflog. Da witterte er nach allen Windrichtungen und lief dann dahin, von wo ihm Wasserdunst in die Nase zog. Es dauerte auch nicht lange und er langte bei einem Bache an. Aber ehe er in ihn hineinglitt, wusste er schon, dass für seinen Magen nichts darin sein würde als winzige Erlitzen und kümmerliche Weißfischbrot. Er fing davon, was ihm in den Weg kam und rannte dann bachaufwärts, denn seine Ahnung sagte ihm, dass er auf diese Weise an ein Fischwasser kommen würde, wo er den Hunger, der ihn sehr quälte, stillen könne. So kam er zu einer Stelle, wo der Bach sich in dem Wiesengelände zu einem verkrauteten Kolke ausweitete. Schon wollte er hindurchschwimmen. Da gab es ihm einen Ruck und er tauchte eiligst bis auf die Nasenspitze unter, denn er hörte es in der Luft klingeln und sah drei Schatten über dem Wasser kreisen, die sich immer tiefer senkten. Sobald sie in das Wasser hineinplatschten, fasste er zu und während die beiden Enten mit Angstgequarre von Dannen klapperten, zog er den Erpel unter Wasser, biss ihm den Kragen durch und trug ihn in das Gebüsch, wo er ihn rupfte und auffraß. Halbwegs gesättigt rannte er neben dem Bache her, aber es wurde schon hell, als er fühlte, dass er sich dem Flusse näherte und da er dem Tage nicht mehr traute, so kroch er in einer Uferhöhlung unter und vergaß im Schlafe seines Magens Mahnen. Als die Nacht auf das Land fiel, schlüpfte Glitsch aus seinem Notbau, schwamm ein Viertelstündchen in dem Bache entschlang und war dann bei dem Flusse. Unwillig schüttelte er sich, als er dort ankam. Das Wasser roch nach Fabrikabflüssen. Also gab es nur Aal und Weißfisch. Beide schätzte er wenig. Aber Hunger beißt und so schoss er von Ufer zu Ufer, holte hier einen Aal aus dem Schlamm, griff dort einen Weißfisch, prallte aber entsetzt zurück, als weiter unten eine stinkende Lauge ihm entgegenkam und war froh, als er den Einfall eines quicken Baches fand, indem er hinaufran, denn sein Wasser roch nach Forellen und einem Fisch, den Glitsch noch nicht kannte, der aber mindestens ebenso schmecken musste wie dieser. So eilig wie er konnte, strebte er für Bars, an wild umstrudelten Klippen vorbei und erhohlen Ufern her, über seichte Stellen. Ab und zu zu Lande, wenn der Bach einen zu großen Bogen machte. In ihm weiterschwimmend, wurde ihm das Gelände bei dem hellen Mondschein zu offen. Hier und da schnell eine Forelle raubend, roch er eine, die sich unter dem hängenden Ufer barg, bis schließlich die immer stärkere Fischwitterung der Wellen ihm angab, dass er sich einem Otterparadiese nähere. Und dann kam er vor eine Schleuse, die in einer ungeheurenem Mondlichte silbern schimmernden Mauer war, musste einen steilen Hang empor, kam auf einen Damm, und da saß er und atmete tief und zufrieden, denn vor ihm lag ein weiter breiter See, von steilen, mit Fichten bewachsenen Klippenhängen eingefriedigt, ein See, der streng nach Forelle und dem guten fremden Fischroch, wenn er auch fast ganz übergefroren war und um den es totenstill war, bis auf das Kläffen eines Fuchses drüben an der Wand. Glitsch hob die Nase und witterte hin und her, und sofort wusste er, wo es in dem Eise einen Einstieg gab. Just wollte er darauf zu. Da kam ihm ein anderer Duft entgegen, der vom Ufer her zu ihm drang. Und nun wusste er auch, dass er nicht einsam und allein hier am Talsperrensee sein würde, dass er Gesellschaft finden würde, sehr angenehme Gesellschaft. Einen kurzen, scharfen Pfiff stieß er aus, schlüpfte schräg den Damm hinunter, rannte über die verschneite Eisdecke nach der Lume hin, die über der warmen Quelle war, schnüffelte dort lange, Pfiff noch einmal, und als er keine Antwort bekam, glitt er in das eisige Wasser. Als er endlich erschien, einen starken Bachsaibling zwischen den Fingern, planschte es abermals in der Lume, und mit einer alten Mutterforelle im Maule tauchte eine hübsche, schlanke Otterin aus der Flut auf. Einen Augenblick stutzte sie, und als Glitsch sich ihr freundlich näherte, ließ sie den Fisch fallen und kluckste unter. Sofort war er ebenfalls verschwunden. Aber nach einer Weile tauchte erst die Otterin an einer offenen Stelle auf dem Eise auf und hinter ihr, Silber im Mondschein glitzernd, Glitsch. Es gab ein wildes Gerenne und Gehüpfer auf dem Eise, so dass die Eule ganz erstaunt näher flog und mit dumpfen Unkentönen über dem Pärchen rüttelte, um schließlich enttäuscht von Dannen zu schweben. Der Otter und die Otterin aber freundeten sich schnell an, fraßen sich an Forellen, Saiblingen und Krebsen nudeldick, spielten die halbe Nacht im Wasser und auf dem Eise und schliefen schließlich, satt und müde, in einen alten, verlassenen, tief zwischen den Klippen gelegenen Fuchsbau ein, um den Tag zu verschlafen, den bösen, lauten, gefährlichen Tag, der Glitsch nichts als Not und Angst gebracht und ihn gelehrt hatte, dass die Nacht für das Ottergeschlecht milder und gütiger sei. Und so hielt er sich danach und lebte mit seiner Otterin noch viele Jahre an dem einsamen Kunstsee, zwischen den grünen Wäldern, dort oben unter dem Hohen, Berge. Die Entenmutter Mitten im grünen, bunt geblümten Wiesenlande steht ein alter Weidenbaum am Bache. Krumm und schief ist er gewachsen, hohl sein Stamm und so gespalten, dass Sonne und Mond hindurch scheinen können. Oben bildet er einen dicken, strubbeligen Kopf, zwischen dessen Zweigen Himbeeren und Farne wuchern, und der vom Efeu dicht umsponnen ist. Mitten in dem Efeu hat eine Ente ihr Nest gebaut. Ehemals bildete der Bach hier einen Bruch. Damals standen viele Kopfweiden an seinen Ufern. Schilf und Rietgras bildeten dichte Horste, sodass die wilden Enten dort gern brüteten. Dann wurde das Bruch entwässert und zu Wiesen gemacht. Das Schilf und das Rietgras verschwanden, die Weiden fielen unter der Axt. Diese eine ließ man stehen, damit die Schnitte ein schattiges Plätzchen hätten. Die Enten, die hier gebrütet hatten, mussten sich andere Plätze suchen. Ganz vergaßen sie die alte Heimat aber nicht. In jedem Vorfrühling, wenn die Wiesen unter Wasser standen, trieben sich hier einige Paare umher, kreisten über den Wiesen, suchten im Grase nach Gewürm, stöberten in den Buchten des Baches nach Schnecken, verschwanden dann meist aber wieder, um sich an anderen Stellen Nistplätze zu suchen. Ab und zu brütete eine auch in dem Ufergebüsche oder im Felder. Die Ente, die jetzt hier brütet, hatte sich weit von da bei dem Altwasser des Flusses zwischen zwei dichten Rietgrasstauden ein sehr schönes Nest gebaut. Ein so sauberes Nest, wie es nur eine alte Ente fertigbringt. Da kam das Hochwasser, spülte das Nest fort samt dem ersten Ei und überschwemmte das Land weit und breit. Ganz unglücklich flog die Ente in ihrer Legenot umher und kam schließlich auch zu dem Weidenbaum, dessen strubbeliger Kopf mürrisch aus der gelben Flut hervorsah. Ein Dutzend Male umkreiste die Ente den Baum. Dann ließ sie sich in dem Geäste nieder. Die Gelegenheit erschien ihr nicht übel. Wenn sie einige alte Himbeerstänge beseitigte, war Platz genug da. Zudem brauchte sie gar keine Unterlage zu beschaffen, denn in der Mitte war der Knorren morsch. Die warme, weiche Mulm lag frei zu Tage. Trockene Blätter fehlten auch nicht und rund umher bildeten die Farnblätter und der Efeu einen dichten und hohen Wulst. Am nächsten Tage lag ein Ei dort. Wenn die Ente fortflog, um sich Futter zu suchen, zerrte sie trockene Blätter darüber, damit das Krängesindel das Ei nicht finden sollte. Als das Gelege vollzählig war, hatte die Ente nicht mehr nötig, es zuzudecken, denn die Zweige hatten sich begrünt und kein Kränauge konnte die zwölf Eier finden. Auch die Ente war geborgen, wenn sie auf dem Neste saß und brütete. Mehr als einmal strich der Habicht hart über den Weidenbaum hin, ohne sie zu eräugen, denn zu dicht war das Laub. Der Ente gefällt es hier. Sie hatte einen schlimmen Winter hinter sich, einen ganz schlimmen Winter. Bis zum November war es herrlich. Alle Teiche waren offen. Dann setzte aber der Frost ein und schloss erst die Tümpel und Teiche und hinterher die Seen, so dass sich die Enten an den Bächen und Flüssen durchschlagen mussten, bis auch die zum größten Teil zufroren oder so viel Randeis ansetzten, dass keine Ente dort mehr leben konnte. So mussten sie alle nach dem Süden, nach Gegenden, wo sie nicht Bescheid wussten. Fanden sie endlich ein offenes Wasser, dann dauerte es meist nicht lange und es knallte und zogen sie weiter und fielen in der Dämmerung in einer Flussbucht ein, dann blitzte und donnerte es wieder. Es war ein elendes Leben, zumal der Schnee hart und fest lag, so dass die Enten auf den Feldern auch keine Nahrung fanden und während sie sich sonst im Februar schon reihten, dauerte es in diesem Jahre bis in den März, dass die Paare sich fanden. Es war ein ganz alter Endvogel, der sich zu der Ente geschlagen hatte, denn er hatte vier krumme Federn im Steiß und der weiße Ring unter seinem goldgrünen Halse war breit. Er hinkte auf dem rechten Ruder, denn das hatten ihm die Schrote durchschlagen und sie hatten zwei von den glänzenden blaugrünen Spiegelfedern quer durch den Laufknochen getrieben und die waren darin festgeheilt, was ganz schnurrig aussah. Es war noch ein netter junger Erpel da gewesen, der der Ente mit viel Kopfnicken und Schnattern den Hof gemacht hatte, aber der alte Erpel hatte ihn abscheulich behandelt und schließlich fortgejagt. Den März über hatte sich der alte Erpel zu der Ente gehalten und die beiden hatten sich umhergetrieben, wo es für Enten gut zu leben war. Den Tag über lagen sie in irgendeinem Bruche oder Weidengehege, aber wenn die Eule rief, erhoben sie ihr Gefieder und strichen mit lautem Klingeln nach dem Altwasser, wo das große Enten stelldich ein war. Das gab dann zuerst ein großes Getratsche und Getratsche, bis man sich erinnerte, dass man hungrig war, und dann schnatterten die Paare im Schlick und Schlamm umher, bis es im Osten hell wurde, und das eine Paar hier, das andere dahin Strich. Ab und zu kam es dann noch vor, dass ein lediger Erpel sich zu dem Paar gesellte, und einmal dauerte es über eine Stunde, bis dass der Erpel den Nebenbuhler fortgeärgert hatte, und von all dem Gefliege und Gehetze war die Ente so müde, dass sie sich den Abend über im Grase hielt und den Erpel allein zur Entenversammlung fliegen ließ. Als sie in der Nacht schließlich doch nach der Bucht strich, war nur ein Entenpaar da, und das hielt sich ängstlich im freien Wasser, weit vom Lande, denn als abends alle Enten auf einem Haufen dicht am Ufer waren und durcheinander schnatterten, war der Fischotter plötzlich mitten zwischen ihnen gewesen und mit einem Erpel unter getaucht, und das war der gewesen, der zu der Ente hielt, Eine Woche später kümmerte sich kein Erpel mehr um die Enten. Die Erpel hatten sich zu Flügen zusammengeschlossen und trieben sich überall umher, und die Enten saßen auf den Eiern. Dann waren die Erpel auf einmal gänzlich verschwunden, sie mauserten und hielten sich verborgen, weil sie kaum fliegen konnten, und als sie wieder zum Vorschein kamen, waren sie nicht wieder zu erkennen, denn bis auf einige klägliche Reste von dem schönen Hochzeitskleider sahen sie fast wie Enten aus. Das war um die Zeit, als das erste Ei unter der Brust der Ente in der Kopfweide zerbarst und aus ihm kroch ein wolliges Entchen heraus, das so jämmerlich piepte, dass der Waldkauz bis dicht an das Nest heranschwebte, aber entsetzt abschwenkte, als Aber ehe das Wiesel noch recht wusste, was ihm geschehen war, flog es im großen Bogen durch die Luft in den Bach hinein. Pudelnass kroch es heraus und nahm sich vor, nie wieder auf den unheimlichen Baum zu klettern. Auch eine Krähe, die das Piepen der Jungenten vernommen hatte, zog ganz verdutzt ab, als die alte Ente ihr wütend die Flügel um nicht vorbei. Nur einmal stöberte der Fuchs dort umher und eugte sehnsüchtig nach dem Bau hinauf, schlich aber bald wieder weiter. Als alle zwölf Entchen ausgekrochen waren, kam die Mutter Ente in große Not. Erst trippelten die Kleinen piepend zwischen den Zweigen umher, bis eins nach dem anderen das Übergewicht bekam und in die Wiese purzelte. Das Nesthäkchen aber piepte kläglich, denn es fürchtete sich vor dem Sturz in die Tiefe. Da fasste die Alte es mit dem Schnabel in den Nacken und flog damit in die Wiese. Eine ganze Stunde musste sie nun aber suchen, ehe sie ihre zwölf Jungen zusammen hatte. Hier piepte eins in der Wiese, da eins in den Weiden, dort eins unter den Kleeblättern und drei Schwammen sogar schon auf dem Bache. Endlich hatte sie alle auf einem Haufen und brachte sie mit viel Mühe und Geduld nach der sumpfigen Ecke der Wiese, wo einige dichte Weidenbüsche standen und das Hochwasser Löcher gerissen hatte, und dort verlebten die Kleinen ihre ersten Lebenswochen. War es auch still und ruhig dort, so ganz sicher war es da trotzdem nicht. Die alte Ente musste fortwährend aufpassen. Einmal jagte die Kornweihe dort, und um ein Haar hätte sie ein Entchen gegriffen, wenn nicht die Mutter Ente den Raubvogel abgeschlagen hätte. Auch das Hermelin ließ sich dort ab und zu sehen, und es war so frech, dass die alte Ente alle Mühe hatte, es in die Flucht zu jagen. Dann musste sie noch auf die Krähen achten, denn denen war nicht zu trauen und dem Storche erst recht nicht. Eines Abends aber war es ganz schlimm, denn da kam der Fuchs angeschlichen. Zum Glück war es kein alter Fuchs, sondern ein Jähriger, und er fiel richtig darauf hinein, als die alte Ente sich Flügellahm stellte und so lange vor ihm her flatterte, bis sie ihn weit von ihrer Brut fortgelockt hatte. Und da flog sie ihm vor der Nase fort, und er sah mit dummem Gesicht hinter ihr her. Der Schreck war ihr aber so in die Glieder gefahren, dass sie auszuwandern beschloss. In der Wiese war es ganz schön, aber die Wasserlöcher zwischen den Weidenbüschen boten doch nicht Sicherheit genug. In aller Lerchen Frühe ging die Reise los. Es war heißer Tag. Solange die Wiesen reichten, war das Marschieren eine Freude, aber dann kam eine kahle Brache, und da stach die Sonne zu sehr, und es gab nirgends Deckung vor Feinden. Aber man kam glücklich hinüber und in den Roggen, und von da in den Hafer, und von dort in den Weizen und in die Viehbohnen, und dort wurde erst halt gemacht, denn Boden und an den Bohnen Stängeln. Bis in den späten Nachmittag blieben die Enten dort, und dann ging es weiter, bald durch Klee, bald durch Wiesen, jetzt durch Erbsen, dann durch Getreide. Hier war ein Weg zu nehmen, und gleich darauf die Landstraße. Und dann kam ein tiefer Graben mit steilen Rändern, und schließlich sogar der Eisenbahndamm, und gerade als das letzte Entchen hinüber war, donnerte der Zug über die Gleise, und alle Enten purzelten entsetzt die Böschung hinunter und wagten erst wieder weiter zu wandern, als das Donnern und Dröhnen nachließ. Damit hatte die Not aber auch ein Ende, denn bei jedem Atemzuge merkten sie, dass sie an ein großes Wasser kamen, und bald waren sie da, und alle dreizehn stürzten sich in das Schilf Dickicht, lagen erst ganz still und fraßen sich dann so voll wie sie konnten, denn da wug so viel schwimmendes Kraut, und das lebte nur so von Schnecken und Würmern und anderem Getier, so dass eine Ente nur den Schnabel in das Wasser zu stecken und das Wasser ablaufen zu lassen brauchte, um ihn voll von Futter zu Da bildete das Rohr ganze Wälder und das Schilf große Dickichte, Schwertlilie und Blumenwinse wuchsen da, das Wasser war bedeckt mit Seerosenblättern und Wasserlinse und erfüllt von Wasserhahnenfuß und Laichkraut. Ließ sich auch der Habicht ab und zu sehen und die Rohrweihe, die Rohrsänger passten gut auf und so wie einer warnte verschwanden die Enten im Röhricht. So brachte die Ente alle ihre Zwölf Kleinen so weit, dass sie groß wurden und als sie Flüge waren und die Jagd aufging, zog sie mit ihnen ab und der Jäger hatte das Nachsehen. Die Wilderer Es war in einer blanken Vollmondnacht, als sie sich kennenlernten. Greif hatte sich so verlassen gefühlt, dass er bei seiner ziellosen Suche sich plötzlich hinsetzte und seinem Jammer Ausdruck gab. So saß er da, mager und dürr wie ein hungriger Wolf, auf der Kuppe des Hügels und erfüllte die Stille der riss er ein Kalbsgeschlinge, das vor der Tür eines Schlechters hing, herunter. Das bekam ihm schlecht. Der Schlechter warf ihm ein Hackbeil gegen den Kopf, das er halb betäubt umfiel, und zwei große Fleischerhunde fielen über ihn her und zerzausten ihn derartig, dass er mit Mühe sein Leben rettete. Von da ab hatte er sich in den Feldern umhergetrieben, Mäuse ausgescharrt und Junghasen gegriffen und war allen Menschen in weitem Bogen ausgewichen, besonders als ihm eines Abends, wie er vor dem Walde dahin strich, ein Schrotschuss die Keule geschrammt hatte. Seitdem verbarg er sich den Tag über im Getreide und jagte erst, wenn es dunkel geworden war. Aber er verstand sich wenig auf das Jagen, war er doch im Zwinge ausgewachsen und hatte dann das gesittete Leben eines Begleithundes geführt, und so musste er viel Hunger leiden. Außerdem kam er sich ausgestoßen und verlassen vor, und als nun der Mond so hell schien, musste er den Kopf hochnehmen und losheulern. Plötzlich verschwieg er und starrte scharf, die Glieder zum Sprunge zusammennehmend nach dem Roggenschlager, denn da raschelte es leise. Schon liefen ihm silberne Geschmacksfäden über die Läfzen, denn er dachte, ein Hase käme an. Aber dann machte er eine Bürste aus seinem Rückenhaar, denn in der Wasserfurche tauchte ein Hund auf, ein weißer Terrier mit schwarzen Placken. Greif wusste nicht, ob er vor ihm flüchten oder sich auf ihn stürzen sollte. Aber der andere piepte so bittend und wedelte mit dem rauen Stummel so freundschaftlich, dass Greif nicht anders konnte und auch piepen und wedeln musste. Und nachdem sie sich eine Zeit lang umeinander gedreht und einander ausgiebig beschnüffelt hatten, spielten sie auf dem Koppelwege so vergnügt, als gäbe es keine grünen Jäger und blauen Bohnen auf der Welt und gingen dann selbander auf die Jagd. In dieser Nacht lernte Greif mehr von Wild und Weidwerk als in seinem ganzen früheren Leben, denn Grips, der Terrier, verstand sich gut darauf. Wäre das nicht der Fall gewesen, so hätte er verhungern müssen, denn seit der Mondnacht, als er eine heißen Hündin wegen, seinen Herrn und das Auto in einem Dorfe verloren hatte, waren schon vier Wochen in das Land gegangen. Aber er sah dennoch prick und prall aus, denn erstens brauchte er nicht so viel Fressen, um satt zu werden wie ein großer Schäferhund und dann hatte er auf dem Gute, wo er aufgewachsen war, es gut gelernt, wie man Hamster fängt, Mäuse greift und noch anderes, was in Feld und Wald lebt und Haare oder Federn hat. Weil es ihm nun so ganz allein, aber so langweilig war, wie Greif und er ihm anroch, dass der krank vor Hunger war, so führte er ihn erst zu den Resten eines Hasen, die er in einem Wasserdurchlasse versteckt hatte und als nichts davon mehr übrig war, in den Wald, wo er ihm ein Rehkitz zutrieb. Nach einer Woche war Greif ein fast ebenso guter Jäger wie sein Lehrprinz, wenn dieser, weil er gewitzt veranlagt und erfahrener war, auch immer die Leitung behielt. Dafür war der andere aber der schnellere und andauerndere Läufer und verstand es mit der Zeit meisterhaft einem Hasen, den Grips ruhig und unverdrossen vor sich hertrieb, den Pass abzuschneiden und ihn mit wenigen Fluchten trotz allen Hakenschlagens zu packen oder einem Reh, das sein Freund auf ihn zudrückte, den Wechsel zu verlegen und es niederzuziehen. Und so lebten beide den Sommer über herrlich und in Freuden. Grips hatte es sich längst abgewöhnt, mit hellem Halse zu jagen und Greif jagte ebenfalls stumm. Deshalb blieben ihre Schandtaten auch lange verborgen, zumal sie ihre Beute stets inmitten der Getreidefelder, in den Dickungen und Weidenhegen fraßen, wo sie auch den Tag verschliefen. Den Jagdpächtern in der Gegend fiel es freilich allmählich auf, dass die Rehe immer weniger vertraut wurden und dass erst mehrere hochbeschlagene Ricken und später viele Kitzen abgängig waren, gaben aber Wilddieben und Ströppern die Schuld, ohne es zu ahnen, dass die Wilderer auf vier Läufen gingen. Zudem hielten sich die beiden Freijäger bald hier, bald dort auf, je nachdem Wind und Wetter danach waren und sahen sich vor den Menschen vor. Als die Sensen und Mähmaschinen die Felder kahl gemacht hatten, fanden die beiden Stromer das Leben nicht mehr so schön wie zuvor, als es überall Deckung für sie gab. Und wenn auch die längeren Nächte ihrem Treiben günstig waren, so war ihnen doch unbequem, dass sie oft weit rennen mussten, um vor Tagesanbruch ein Versteck zu finden. Darum scharrten sie sich in verschiedenen Stellen Höhlen, in denen sie sich vor Wind und Wetter bergen und vor den Augen der Menschen sichern konnten, waren aber doch ab und zu gezwungen, wenn der Morgen sie überraschte, in einem Feldholze oder einer Strohdieme unterzuschlüpfen. Da es nun auch keine Junghasen und Rehkitze mehr gab, die leicht zu haschen waren, die kühle Witterung aber ihren Hunger verdoppelte, so verloren sie ab und zu ihre Vorsicht, strichen am hellen Tage über die Stoppeln, griffen bald hier, bald da eine Gans, trotz des Geschreis der Rinder, die dabei waren, holten Hühner vor den Bauernhäusern und Enten von den Teichen weg und rissen sogar eine Ziege, die vor einem Arbeiterhause angepflückt war. So konnte es nicht ausbleiben, dass sie gesehen wurden und dass die Jagdpächter sich einen Reim auf die abgängigen Ricken und Kitze machten. Sie stellten sich da, wo die Wilderer gesehen waren, an, hatten aber ebenso wenig Glück damit, wie mit dem Abtreiben der Hölzer und Weidenheger, in die sich Griff und Grips hineinspürten, denn so schlau blieben die beiden Hunde doch, wenn sie auch noch so hungrig waren, dass sie stets mit dem Winde gegen sich stromerten und sobald ihnen menschliche Witterung zuwehte, machten sie schleunigst kehrt. So dumm waren sie außerdem auch nicht, dass sie es nicht merkten, wenn sie getrieben werden sollten. Sie drückten sich so lange, bis die Treiber vorüber waren und stahlen sich, sobald es dunkel war, heimlich ab. Schließlich legten die Jagdpächter Gift. Die Folge davon war, dass mehrere Bauernhunde eingingen und die Jagdpächter verklagt wurden. Die Wilderer fielen aber nicht, der Grips war zu gut erzogen, um Straßenfraß anzurühren und Greif richtete sich in allem nach seinem Freunde. Als die zweite Neue die Feldmark weiß gefärbt hatte, sollte es ihnen aber doch an den Kragen gehen. Die Jagdpächter hatten ein großes Aufgebot von Flinten und Treibern bestellt und zogen um alle die Orte, wo sich die Hunde öfter gespürt hatten, Kessel. Als sie nach dem zweiten Kreise auf ihren Jagdstühlen saßen und sich Brot, Wurst und Schnaps erholten, lagen Grips und Greif keine 300 Schritt von ihnen Mäuschen still in einem überwachsenen und verschneiten Durchlasse. Und als die Jagdgesellschaft zum dritten Kessel aufbrach und der Kutscher, anstatt die geschossenen Hasen auf den Wildwagen zu hängen, wie ihm anbefohlen war, auf eine Anhöhe stieg, um der Jagd zuzusehen, krochen beide aus ihrem Verstecke hervor, witterten lange und dann nahm sich jeder einen Hasen und ging mit ihm ab. So verbrachten sie, wenn es auch oft tagelang nichts als Mäuse gab und sie oft genug Hunger leiden mussten, den Winter. Aber dann kam der Frühling, die Mäuse waren leichter zu fangen und die Hasen setzten und Grips und Greif ging es allmählich besser. Sie bekamen vollere Seiten und ihr Haar wurde glänzend und glatt. Aber nun kam die Liebe über sie. Hier und da gab es hitzige Hündinnen und mehr als einmal beigten sich die beiden mit den Dorfkötern herum, teilten Schmisse aus und heimsten auch welche ein, wurden aber in ihrem Liebeskoller so dämlich, dass sie eines Morgens im Felde dem Jagdaufseher vor das Rohr liefen, der sich nicht lange besann und auf den Terrier, den er in dem Zwielicht wegen seiner weißen Farbe besser erkennen konnte, zweimal Dampf machte, sodass dieser im Feuer blieb. Er besah ihn sich lange, schnallte ihm das Halsband ab, warf ihn auf den Wagen und schickte nachher einen Arbeiter hin, der ihn eingraben musste. Greif war eine ganze Weile vorwärts gestürmt, bis er sich sicher genug fühlte. Dann sah er sich um und schnüffelte in der Luft umher. Aber Grips war nicht da. Er wusste nicht, was er beginnen sollte. Er schlich schließlich auf seiner eigenen Fährte zurück, um seinen Freund zu suchen. Aber als er bei dem Koppelwege war, wo die Schüsse gefallen waren, kamen Menschen an und er rannte zurück. Er verbarg sich in einer Strohdieme und lag den Tag über meist im Halbschlaf. Endlich, als es schon recht dunkel war, nahm er seine Suche wieder auf. Als er bei der Stelle war, sträubte er das Rückenhaar, zitterte am ganzen Leiber, scharrte die Erde auf und hielt den Kopf empor und heulte lang und bang. Dann lief er piepend und winselnd nach dem Dorfe zurück, von dem er am Morgen vorher mit seinem Freunde gekommen war, fand ihn dort aber nicht. Er trieb sich die ganze Nacht umher, besuchte alle naheliegenden Unterschlupfe und blieb schließlich in einem von ihnen todmüde liegen, bis gegen Abend der Hunger ihn aus dem Busche trieb und er sich auf die Jagd begab. Er hatte aber kein Glück dabei, denn wenn Grips ihm fehlte, so war es nur halbe Arbeit und so fand er nichts als ein paar Mäuse und einen eingegangenen Junghasen. So ging es ihm auch in der anderen Nacht und in der dritten Nacht desgleichen. Er kam sich so unglücklich und verlassen vor wie in jener Nacht, als er auf der Kuppel des Hügels saß und dem Monde sein Leid klagte. Nun war der Vollmond wieder da und zwang ihn loszuheulen. Das hörte der Jagdaufseher, als er aus dem Holze, wo er einen Bock festgemacht hatte, zurückkam. Er ging bis zum nächsten Hochsitze, machte die Hasenklage auf der Faust und erklomm schnell die Leiter. Kaum war er oben, da kam Greif angesetzt. Er war der Meinung, sein Freund habe einen Hasen gegriffen und winselte vor Freude laut. Da knallte es zweimal. Er jaulte auf, überschlug sich und fuhr in die Dickung. Dort fiel er um und verendete nach einigen Minuten. Als ihm das Leben entschwand, winselte er freudig auf. Ihm war so als stände Grips bei ihm und leckte ihm den Fang. Es war aber sein eigener warmer Lungenschweiß, der ihm über die Läfzen lief. Ein Trauerspiel Mit grausamem Gesichte steht der abnehmende Mond an dem hellen Himmel. Mitleidslos blinzeln die Sterne. Unbarmherzig fegt der Nordwind über den Berg hin. Er reißt den verkrüppelten Fichten den angefrorenen Schneebehang samt den Zweigen von den Ästen. Die sich nicht zwischen den Felsbrocken verankert haben, denen knickt er das Leben. Hunderte stehen schon fahl und kahl, wie Gespenster, vom vorigen Winter da. Missmutig schleicht der Fuchs unter den zerspaltenen Klippen dahin. Als die Sonne noch über dem Kopfe des Berges stand, war er schon auf Raub ausgezogen. Doch nichts hatte er erbeutet, nicht einmal eine einzige Maus. Keine von ihnen getraute sich vor dem grimmigen Winde unter dem Schnee hervor. Unten im Bachtale war es besser gewesen. Aber seitdem ihn beim Holztreiben die Schrote unsanft gekämmt hatten und ihn am anderen Tage die Saufinder beinahe erwischten, gefiel es dem Fuchse dort nicht mehr. Und so war er nach der Kuppe ausgewechselt, wo es sich leidlich leben ließ, solange der Schnee weich war und der Wind von Abend kam. Nun aber hatten Tauwetter und Frost den Schnee gehärtet, so dass selbst ein Fuchs nicht leise schleichen kann und wittert er auch eine Maus, so kann er sie doch nicht ausscharren, denn der Schnee ist scharf wie ein Messer. Verdrossen schnürt er durch das Moor, wo er im Frühsommer eine Birkenhenne auf dem Neste riss und von da durch den Zwergwald, wo er im Herbste den Urhahn im Staubbade griff und mehr als seine feiste Schnäpfe fing. Aber heute riecht es nach weiter nichts als nach Fichten, Moos und Schnee. Hin und her schleicht der Fuchs, von beißendem Hunger gepeinigt, denn schon seit mehreren Tagen hat er so gut wie nichts gefressen. Unwillkürlich schnürt er bergabwärts, dem Bachtale zu, aus dem ihn die Saujagden vertrieben haben. Da stößt er auf die gesunde Fährte eines geweihten Hirsches. Mehr als einmal hat er sich an Aufbruch von Rotwild und an Fallwild sattgefressen, sich auch einmal wintertags an ein Kalb herangemacht, dabei aber von dessen Mutter einen solchen Schlag mit den Läufen bekommen, dass er halbbewusstlos in das Heidkraut flog. Er weiß, dass es keinen Zweck hat, der Fährte zu folgen, aber er hält sie doch. Er muss das eben, ob er will oder nicht. Während er flüchtig unter dem Winde neben ihr dahin trabt, zwingt es ihn loszubähen. Als er zum dritten Male angeschlagen hat, antwortet ihm aus den Fichten derselbe laut und wenige Augenblicke ist ein anderer Fuchs bei ihm, der sofort die Fährte aufnimmt. Nun traben sie beide unter ihr dahin, ab und zu anschlagend. Stärker wird die Witterung, immer kräftiger und umso eifriger folgen ihr die Füchse. Nun bricht es in den Fichten vor ihnen. Der Hirsch steht auf und flüchtet. Warum er das tut, weiß er nicht, aber der doppelte Hatzlaut beunruhigt ihn, zumal er stark abgekommen, vor Mangel an Äsung und matt und verfroren ist. Niemals hatte er sich bisher um einen Fuchs gekümmert, heute muss er es. So zieht er erst langsam dahin. Doch je näher ihm die Füchse kommen, umso schneller wird er, wenn der Hartschnee ihm auch die Läufe zerschneidet und schließlich stürmt er in hohen Fluchten durch die Dickungen, dass es rasselt und prasselt. Hellauf bellen die Füchse, angereizt durch die warme Witterung der Fährte und den heißen Atem des Hirsches, der ihnen zufliegt. Ihre Seher glühen, silberne Fäden triefen ihnen von den Läfzen. Sie denken nicht daran, dass sie viel zu schwach sind, um das starke Wild vor ihnen niederzuziehen. Sie haben Hunger, kneifenden Hunger und vor ihnen ist lebende Beute. Jetzt schnappt das Anschlagen des ersten Fuchses in ein gieriges Gekreische über. In der Fährte liegt Schweiß. Nur ein Tröpfchen ist es, aber es steigert den Heißhunger zur brennenden Qual. Auch der andere Fuchs kreischt auf und jagt hastiger voran und da kommt hinter ihm noch ein lautes Aufbellen her. Ein dritter Fuchs hat die Hatz vernommen und schließt sich der Jagd an. Ein ganz alter Rüde mit blau bereiftem dunklem Bein, und schlägt sich der Alge. Dreistimmig kläfft es jetzt hinter dem Hirsche her. Der stürmt durch dick und dünn, vom Moore in die Klippen, von da über den kahlen Hai, als wäre er ein hilfloses Kalb. Immer schweißiger wird seine Fährte, denn die Schneekruste ist scharf wie Glas und hat ihm alle Läufe zerschnitten und zerschneidet sie immer noch mehr. Aber er fühlt den Schmerz kaum mehr, so groß ist seine Angst, denn unmittelbar hinter ihm sind die Füchse. Der alte Brandfuchs lässt die anderen hinter sich, rennt wie wahnsinnig voran, so dass er den Hirsch, der vor der Steilwand einen Bogen schlagen muss, von der Seite anfällt, macht einen Sprung und reißt dem Hirscher einen großen Toast Haar vom Halse. Hoch aufbäumt sich der und wendet, aber schon wieder fasst ein Fuchs an und abermals wirbelt der Wind ein Busch Haar über den Schnee. Nun springt der Dritte zu und wiederum fliegt Haar dahin. Der Hirsch stellt sich, senkt das Geweih und versucht den alten Rüden, der ihm an die Strosse springen will, zu vorgeln. Aber der weicht zurück und in demselben Augenblick beißt sich der eine an der Keule, der andere an der Flanke fest. Und wie der Hirsch sie mit einem jähen Rucke abwirft, das sie kopfüber in den Schnee rollen, fasst der Dritte zu und bringt ihm einen bösen Riss an der Drossel bei. Und wenn er auch im Bogen über den Rücken des Hirsches dahin fliegt, dieser stürmt nun von Angst und Atemnot so kopflos dahin, dass er zwischen zwei verschneite Felsblöcke trifft, sich den rechten Vorderlauf bricht und stürzt. Gierig fallen die drei Füchse über ihn her. Noch einmal kommt er hoch, wirft sie ab und poltert weiter, aber ohne Recht zu wissen, was er tut. Fichtenzweige, hart und scharf, zerreißen ihm die Decke. Seine Lichter sind vom Schneebehang geblendet, die Läufe sind bis oben hin zerfetzt. Alle Augenblicke fasst ein Fuchs an, reißt ihm hier und da einen Toast Haar ab und ab und zu greift auch einer tiefer, dass der Schweiß hinterherkommt. Aber trotzdem flieht der Hirsch voran, stürmt weiter, immer weiter, begleitet von dem giftigen Gekläffe der laut hechelnden Füchse. Jetzt jagen schon vier an ihm und ein Weilchen später gesellt sich ein Fünfter dazu, den das Gebelle aus dem Tal erholte. An jeder Seite hat der Hirsch zwei und zwei hinter sich und den alten Rüden vor sich, der alle paar Fluchten an ihm hochspringt. Auf der steilen Schneewehe kann der Hirsch nicht weiter. Er will wenden, aber zwei Füchse springen ihm nach der Drossel und so rollt er den glatten Hang hinunter, sich mit dem Geweih in den Wurzeln eines alten Wurfbodens verfangend. Ehe er wieder hoch ist, haben ihn drei Füchse an der Drossel und die anderen an den Vorderläufen. Wild schlägt er um sich, aber er findet auf dem Brett harten Schnee keinen Halt. Das Ende ist da, denn der Brandfuchs hat ihm die Halsschlagader durchgebissen. Weithin spritzt der helle Schweiß auf den Schnee. Noch ein letztes Mal reißt der Hirsch sich hoch, bricht aber sofort wieder zusammen. Er ist Halali. Noch ist Leben in ihm und schon fressen die Füchse an ihm. Gierig, hastig, toll vor Hunger und rasend von der heißen Hatz. Es ist Fraß für zehn ihrer Art da. Dennoch keckern sie sich giftig an und einer sucht den anderen abzubeißen. Schließlich hat jeder sich eine Stelle erobert und reißt und frisst, so viel er kann. Mitleidslos blinzeln die Sterne und grausam lächelt der Mond. Adelig Volk Unter der Türe des Forsthauses steht der alte, weißbärtige Grünrock, sieht seinen Hühnern zu und lauscht auf das Pfeifen der Stare und das Schmettern der Finken im kahlen Eichenbaum. Krischern, sein alter Knecht, dessen Gesicht wie ein halbvermoderter Eichenstumpf aussieht, kommt aus dem Holzstall. Feines Wetter heute, Herr Hegemeister, knarrt er mit seiner eingerosteten Stimme. So rechten Tag vor der Hütte, blanke Sonne und stille Luft. Ich glaube, der Hans muss an die Luft. Hören Sie doch bloß an, was er sich anstellt. Der Hegemeister kneift ein Auge zu und sieht den Knecht an. Er kennt ihn. In der Hütte sitzen. Ab und zu an der Führung rucken und Zigarren schmöken. Das passt ihm besser, als Holz zu hacken und den Garten umzugraben. Aber recht hat er. Das Wetter ist so schön. Und ein über das andere Mal ruft es aus dem weitläufigen verschlaget tief und voll »UHU! UHU! UHU! UHU!« Ordentlich bittend klingt es. »Na dann, Mann, los, Christian!« ruft der Hegemeister und geht in das Haus, langt den Drilling und die Doppelflinte von dem Kronenzähnender neben dem Bücherschrank, nimmt die Patronentasche, kramt aus der Schublade des alten Zylinderbüros eine der selbstverfertigten Habichtslocken hervor, prüft ihren Ton, schmunzelt als Gift und Galle, die beiden Dackel daraufhin heulend und pfeifend in das Zimmer stürmen und Freudentänze aufführen. Wehrt auch Pürschmann, dem gestromten Schweißhunde, nicht, als der an ihm hochspringt und wie er des Knechtes schlürfende Tritte hört, setzt er die leichte Deistermütze auf und zieht mit seinem Gefolge zu Holze. Hinter dem Dorf beginnt die Heide mit ihren gelben Sandblößen und ihrem grünen Ginster. Ordentlich frühlingshaft sieht sie in dem hellen Sonnenschein aus. Auf den dürren Blütenresten liegt ein goldener Schimmer. Ein überwintertes Tagpfaunauge tanzt über sie hin. Grüne Sandraubkäfer blitzen auf und erlöschen in dem braunen, silbern schimmernden Heidkraut. Die Ellern am Tränkteich hängen dick voll von abgeblühten Kätzchen und die Hängebürken haben ihre Troddeln schon sehr verlängert. Bei einem unauffälligen Heidhügel macht der Hegemeister Halt. Krischer nimmt den Tragkorb ab, lässt die Stellung in die Juhle fallen, zieht die Führung durch die Knake, verbindet mit geübter Hand die Fesseltes auf mit der Führung und wenige Augenblicke später verschwinden die Männer samt den Hunden in der geräumigen, mit rohen Brettern verschalten Hütte. Der Hegemeister nimmt in dem Drehsessel Platz, lädt die beiden Gewehre, spannt sie, stellt den Drilling in die beiden auf dem Boden und an der Tür angebrachten Astgabeln, legt die Doppelflinte auf die Knie und stopft umständlich und mit einer gewissen Feierlichkeit den schön gemaserten Kopf der kurzen Pfeife, pingt mit Stahl und Stein den Zunder an und sieht dann, ganz kleine blaue Wölkchen ziehend, durch die Schießluke nach dem Auf. Der hat auf der Juhle aufgehakt, ordnet sein prachtvoll geflammtes Gefieder, schüttelt sich, bläht sich, macht sich schlank, richtet die Federrohren hoch, bläht den weißen Kehlfleck, neigt sich und stößt aus zufriedener Brust sein volles, tiefes Uhu! aus. Fürchterlich schimpft ein Heer, der auf der toten alten Birke, die als Krakel dient, sich niedergelassen hat, und zwei Elstern flattern heran und helfen ihm dabei. Der alte Grünrock lacht, dass ihm das Kinn wackelt. Wie aber ein heiserer Arr und Err heranklingt, da nimmt er die Flinte von den Knien. Ein schwarzer Schatten fällt auf den gelben Sand und die weißen Knochen des Kalbes, vor dem der alte Silberbart im Winter drei Füchse und einen Marder geschossen hat. Ein Schatten folgt dem Anderen, ein Wutschrei mischt sich mit einem Zweiten, Dritten, Vierten. Ein Höllenlärm entsteht. Der Auf dreht den Dickkopf wütend hin und her, faucht, knappt mit dem Krummschnabel und plustert das Gefieder, denn immer unverschämter wird das schwarze Gesinde. Der Hegemeister lacht in sich hinein, aber ganz lautlos und wartet, bis eine Krähe neben der Anderen auf der Krakel steht. Da zieht er den Kolben an die Backe. Es kracht zweimal fürchterlich in der Hütte. Es plumpst und flattert, kreischt und quarrt draußen und dann kracht es noch zweimal. Mit einem entsetzlichen Wegekrechze stiebt das Krähenvolk ab und kreist in sicherer Höhe über der Hütte. Donnerschlag, Herr Hegemeister, das hat aber geschlumpt, meint Krischern und lädt wieder. Die Bande kommt wieder näher. Darf ich diesmal draufhalten? Sein Herr nickt, aber erst wenn ich schieße. Lange brauchen sie nicht zu warten. Hans ist von der Jule gestrichen, ist ruhig und besonnen nach einer lautklagenden Krähe gegangen, greift sie, hakt mit ihr wieder auf, ruft fröhlich Uhu! Uhu! Zerschmettert ihr mit einem einzigen Schnabelhieb den Hinterkopf und beginnt sie langsam und behäbig zu kröpfen. Das ist den Krähen aber doch zu arg. Mit furchtbarem Lärm streichen sie wieder näher, erst vorsichtig kreisend. Dann hast eine auf den Uhu, eine zweite kommt, eine dritte. Neuer Zuzug streicht herbei. Und bald ist über der Hütte wieder dasselbe Geplär und Gequavie vorhin. Ein Dutzend Krähen steht auf der Krake. Jetzt! ruft der Hegemeister. Zwei Doppelschüsse erfüllen die Hütte mit Donner und Rauch. Ein gellendes Angstgekrechts ertönt und verliert sich nach allen vier Winden. Krischern ist aufgestanden und sieht durch die Schießscharte. Acht Stück? Nee, negen. Und Hans hat ja auch noch eine. Dat hat aber Luft gegeben. Die werden nicht wieder die Birkenhugengelege auffressen. Der Hegemeister lächelt. So sehr er alles liebt, was draußen streicht und zieht, die Eierdiebe da hält er im Schach. Er stopft sich wieder einem Pfeife und sieht qualmend an der Krakel vorbei, über den gelben Sand und die braune Heide, nach den blitzenden Fischteichen vor der dunklen Kiefernwand. Zwei Punkte über der höchsten Schirmkiefer lenken seine Augen dorthin. Er nimmt das Glas hoch. Krischern! Die Wandfalken sind wieder da! Ich dachte schon, sie wären ausgeblieben! Er freut sich. Er liebt die edlen Räuber und sieht es ihnen gerne nach, wenn sie ihm einmal einen Fasan oder eine Birkenhenne schlagen. In der Hauptsache müssen ja doch die Krähen und die Tauben dran glauben, und davon hat er genug. Lächelnden Mundes sieht er den Flugkünsten des verliebten Räuberpaares zu. Auf einmal werden seine Minen gespannt. Drei? meint er erstaunt. Der Donner! Jetzt sind es vier! Schärfer sieht er durch das Glas. Krischern! Sie haben sich wieder mit den Räuken! Mich soll's nur wundern, was dabei herauskommt. Das muss ich sehen! Bleib du hier und warte! Krähen kannst du schießen, aber nichts anderes. Höchstens den Habicht! Aber beileibe keinen Raben oder Falken! Und einen Adler auch nicht! Die Hunde bleiben hier! Schnellen Schrittes stiefelt er, den Drilling über dem Rücken, über die Düne. Nur einmal bleibt er stehen, um den Fischadler zuzusehen, der die glitzernden Teiche absucht. Das ist auch einer seiner Lieblinge. Um nichts in der Welt würde er ihn abschießen, ebenso wenig wie den Schwarzstorch, der Jahr für Jahr seinen Horst in einer alten Eiche hat. Als er auf der Höhe der Düne ist, verdüstern sich seine Augen. Unten in der schmalen Bachmarsch stehen noch einzelne Eichen, aber die meisten sind gefallen. Und da war früher sein Lieblingsplätzchen, vor zehn Jahren. Dort hat er manchen guten Bock auf die Decke gelegt, hat sogar einmal Wintertag seinen Seeadler am Luder geschossen, aber seine schönste Erinnerung, das waren die Mandelkrähen, die dort in den Eichen nisteten und ihn mit dem leuchtenden Farbenspiel ihres märchenhaften Gefieders erfreuten. Sie sind fort, für immer. Vor zwei Jahren verschwand das letzte Paar und mit ihnen verschwand der seltsame Widerhopf, dieser Gaukler und Bauchredner. In den kühlen Schatten des Waldes tritt der Alte, wo die Haubenmeisen spulen und die Finken schlagen. Früher war es hier noch schöner. Gewaltige Fichten ließen ihr schweres Gezweig auf die Erde hängen und in jedem Samenjahr wimmelte es von den lustigen Kreuzschnäbeln, die mitten im Winter hier brüteten und fütterten. Alles das hat die böse Nonne vernichtet. Fünf Jahre Arbeit kostete es, bis die Baumleichen fortgeschafft waren. Aber noch mehr als die Nonne verdries den Weißbart das unheimliche, schwarze, hohe Ding, das er vom Kreuzgestell aus da hinten im Moore sehen kann. Der Bohrturm. Da buddeln sie nach Kali oder Schmieröl und seitdem knallt es bald hier, bald da im Revier und alle Augenblicke ist eine Ricke abgängig. Ja, wenn er noch die flinken Beine hätte wie früher, dann sollten sie das Freijagen und Stöppeln wohl bleiben lassen. Zwei hat er ja im Herbst erwischt, aber was kriegten sie? Vierzehn Tage. Mit zusammengekniffenen Lippen, heftig dampfend, geht der Alte weiter. Er hat ganz vergessen, weshalb er hierhin seinen Weg nahm. Da hört er ein rauskrächzen, ein wütendes Gurgeln, einen heiseren Schrei und da lachen seine Augen wieder. Schnell nimmt er Deckung in der Naturlaube aus Wacholder und sieht dem Kampf in der Luft zu. Da zanken sich die beiden Räuberpaare, die Wanderfalken und die Kollgraben, um die hohe Schirmkiefer, von der sie die ganze Gegend abäugen können. Allen Ärger vergisst der Hegemeister. Da blitzt in der Luft wie blanker Stahl, schimmert wie Sammet und Seider, kreischt, krechzt, schreit und gogelt, stößt wütend zu, weicht geschickt aus, hebt sich, fährt herab, kreist und schwebt, saust und rauscht, bis endlich das Falkenpaar den Platz für heute aufgibt und die Dickschnäbel sich ihrem Minnefluge überlassen, in herrlichen Spiralen sich emporschrauben, melodisch rufen, heiser antworten, um schließlich seinen Augen zu entschwinden. Einmal, Jahre sind es her, stand er auch hier und sah solchem Kampfe zu. Drei Räuberpaare waren es, die sich um die Schirmkiefer beigten, denn auch Schreiadler horsteten damals hier noch. Das war noch schöner als heute, aber der Alte ist doch so zufrieden. Wer wie er am Hart sein Dutzend Wildkatzen in den Eisen hatte, wer dem Ruf des Uhus zuhörte und dem Liebestanze des Kranichs zusah, wer dreißig Otter fing, der hat erlebt, was nach ihm keiner mehr erleben wird im lieben deutschen Vaterland. Auf und an, auf und an, spannt den Hahn. Fröhlich summt er neben dem Mundstück der Pfeife die alte Jägerweise vor sich hin und geht langsam seinen Weg weiter. Am Kreuzgestell bleibt er wieder stehen. Der Bohrturm ärgert ihn nicht mehr und dann steht er auch blank und breit ein angehender Bock auf der Bahn und eugt ihn vertraut an, um dann langsam in das Holz zu ziehen. Noch steht der Alte da und freut sich über das erste junge Grün am Grabenbord. Da schwebt wie ein Schatten ein großes, graubraunes Ding quer über das Gestell. Behände wie der jüngste Forstlehrling hat der Greisbart hinter der Efeu umsponnenen Eiche standgenommen. Derselbe Griff lässt die Pfeife in der Tasche verschwinden und zieht den Drillingslauf unter die Achsel. Schrill klingt aus den gespitzten Lippen der Vogelangstruf. Kaum ist der Verhalt, da fährt der Schatten aus dem hohen Bestander, schwenkt um die Birke und streicht auf den Alten zu. Und obgleich das Ding eine Wendung macht, als der Kolben an die Backe fliegt, die Schrote schlagen es aus der Luft heraus und wie ein nasser Lappen fällt das alte Habichtzweibchen auf die Bahn. Der Alte lacht, wie er den Strauchritter aufhebt. Kolgrabe, Fischadler, Wanderfalk, die liebt er. Das sind ritterliche Räuber und sie bezahlen bar, was sie schlagen, mit Ruf und Flug. Dem heimtückischen Habicht aber, der niemals mit frohem Flugspiel die Tauben und Hühner bezahlt, die er sich vom Hofe des Hegemeisters holt, dem gibt er nie Quartier und manchem hat er schon seine Mordtaten heimgezahlt. Leise pfeifend geht er der Hütte zu, in der Krischern auf die Krähen wartet, die nicht kommen wollen. Pastenschluck? fragt er den. Na, sagt der bloß, als wäre ihm die Frage zu dumm und holt die Flasche aus dem verschossenen Kittel. Sein Herr nimmt einen gehörigen Hieb. Hühner habe ich, sagt er nur und gibt ihn Krischern. Der grinst. Gut, dass er dort ist. Der holt uns keine Legehennen mehr weg. Da wird die Frau Hegemeister sich freuen. Phänus Er heißt Phänus und ist ein Rüder. Die Art der Rasse ist freilich nicht ganz so sicher zu bestimmen. Es ist so eine Art von streng persönlicher Rasse. Sein ehemaliger Herr, des Dorfes Nachtwächter, Flurschützer und Schweinewender war von Phänus sehr eingenommen. Wenn man ihn aber fragte, zu welcher Rasse der Hund gehöre, so machte er ein sehr ernstes Gesicht und meinte dann, ach ob Rasse geben wir hier nix. Es ist aber eine großartige schöne Mischung. Das ist auch wahr, denn an und für sich ist Phänus ein ganz hübscher Hund, ob gleiche durch sein Aussehen beweist, dass sein Herr Vater, vorausgesetzt, dass es nur einer war, und seine Frau Mutter, ausgenommen, dass er davon eben nur eine einzige besaß, sehr wohl gute, wenn auch von der der Gegenpartei ganz verschiedene Rassenzugehörigkeiten besaßen. Denn irgendwas an dem Bau und an dem Haar von Phänus erinnerte an Kolli-Blut. Doch es ist nicht unmöglich, dass ein Dobermann oder ein Erdell bei seiner Entstehung beteiligt war. Jedenfalls, das ist klar. Er hat nicht zu wenig, sondern eher zu viel Rasse, ist also ein doppelter Rassehund, ein Rassehund im Quadrat. Woher er gekommen ist, weiß kein Mensch, am wenigsten sein erster Herr. Denn als Peter Kreinfoth in einer Nacht gerade heftig am Tuten war, saß der Hund plötzlich vor ihm und heulte in derselben Tonart mit. Der Nachtwächter war so verdutzt, dass er sein Getute mitten abbrach und den Hund anlockte. Und da er zu Abend Leberwurst gegessen und verabsäumt hatte, seine Hände zu waschen, so leckte der Hund, der sehr mager war, ihm so zärtlich die Finger, dass Kreinfoth ganz gerührt war und nichts dagegen hatte, dass das Tierchen sich ihm anschloss. Pflichtgemäß trat der Nachtwächter ein Viertel vor Mitternacht in die Wirtschaft, um Feierabend zu bieten, was so bis gegen ein Uhr zu dauern pflegte, da Kreinfoth nicht gern ein Glas Grock ausschlug. Es erregte allgemeines Aufsehen, als er mit dem lebendigen Gerippe hereinkam. Na, wo hast du denn den Schmachtflap her? fragte der Vollmeier Schietendübel, ein Mann, der seine zweihundert Pfund aufgebrochen wiegen dürfte und der weder Mensch noch Vieh hungern sehen sehen konnte. Und da er einst eine Hündin gehabt hatte, die dem Gerippe vor ihm ähnlich sah und Phenus hieß, so hielt er ihm ein Stück Wurst hin und rief Komm her Phenus! Als der Hund sofort heranschwänzelte und erst die Wurst hinab schlang und dann Schietendübels wurstförmige Finger eifrig beleckte, rief dieser erfreut »Wahrhaftig! Er heißt Phenus!« Und erfreut über seine eigene Klugheit fütterte er das Tier so lange, bis ihm die Rippen nicht mehr überall aus dem Fell heraus standen. »Wat wisten für den Köter haben, Krishan?« fragte er den Nachtwächter und wühlte mit seiner Bären Tatze »Dass es silbern klingelte!« »Tja!« brummte dieser. »Ich muss ihn doch wohl erst ausrufen, von wegen, weil es ein Fundobjekt und zumindest ein herrenloser Gegenstand sein tut, und der Vorsteher muss ihn ins Blatt setzen lassen. Hinterher, wenn sich kein Herr dazu finden tut, denn so kannst du ihn wohl kriegen.« Daraufhin gab Schietendübel noch drei Runden Grock aus, was zur Folge hatte, Kreinfoth in dieser Nacht das Tuten vergaß. Schietendübel bekam den Hund aber vor der Hand noch nicht, denn er machte sich bei Frau Kreinfoth so beliebt, dass sie ihn nicht hergeben wollte. Da aber im Nachtwächterhaus nicht so fett gelebt wurde wie nebenan auf dem Vollmeierhofe, so hielt sich Phänus meist dort auf, besonders um die Hauptmahlzeiten, und da die Vollmeierin ebenso gut im Wildbret war wie der Bauer und ebenso wenig sehen konnte, wenn ein Mensch oder ein Vieh nicht satt bekam, so nahm der Hund sehr schnell an Umfang, Weisheit und Verstand zu und auch an Frechheit. Das erfuhr Suppots Heinrich, der unverschämteste Junge im Dorf. Als der einmal so lange nach Phänus mit der Mütze schlug und ihn dabei noch mit verbalen Juren elendete, bis der Hund vor Wut ganz heiser war und wie Braunbier schäumte, stand der Benge plötzlich ohne Hosenboden mit blankem Spiegel zum großen Hallo der gesamten Schuljugend da und zur innigen Freude von Schiedendüwels Mutter, die den Vorgang mit angesehen hatte und sich deswegen besonders darüber freute, weil Heinrich Supput ihrem Willem am Tage vorher eine Mastsau genannt hatte. Als ihr Mann die Geschichte hörte, lachte er so laut, dass der Schimmel, der den Knecht gerade anspannte, beinahe durchgegangen wäre. Er ging sofort zu Kreinfoth und bot ihm zwei Thaler für den Hund. Aber da Kreinfoths Mutter sagte, bekam er ihn nicht, ob gleich er noch einen Thaler mehr bot. Wenn man Phänus heute sieht, so kennt man ihn nicht wieder. So schier und glatt ist er und so keck steht er vor der Einfahrt. Wehe den anderen Hunden, wenn sie nicht im Bogen um das Nachtwächterhaus und den Vollmeierhof herumgehen. Wie ein Ungewitter ist Phänus über ihnen und beutelt sie, dass die Haare in der Umgegend herumsausen. Anfänglich hatte er die lästige Eigenschaft, den Katzen und dem Federvieh mehr Bewegung zu verschaffen, als ihnen und ihren Besitzern lieb war. Infolgedessen bezog er mehrere Male so bedeutende Mengen von ungebrannter Asche, bis er diese Tätigkeit als unbekömmlich aufsteckte und sich in seinen vielen Musestunden mit Rattengreifen beschäftigte, was ihm Lob und fette Bissen eintrug. Aber wenn die Schweine in den Hof gelassen wurden, so musste Phänus hinterher, mochte noch so viel geschimpft und geflucht werden und es gab dann stets ein erhebliches Gegrunze und Gequieke und darauf ein lautes Gepfeife von Phänus, wenn er die Peitschenschnur fühlen musste und drei Tage lang bekam er auf dem Bauernhofe keine Happen. Und doch war das Schweinehetzen die Ursache, dass er auf dem Vollmeierhofe blieb. Schietendüvel konnte auf einmal nicht schlucken und das Atmen wurde ihm immer beschwerlicher. Als er dazu noch Halsschmerzen und Schwindelanfälle bekam, fuhr er zum Arzte. Der sah ihm in den Hals und sagte Ja, Klaus Burr, du hast ein mächtiges Halsgeschwür. Übermorgen ist es soweit, dass man es schneiden kann. Ich komme dann nachmittags bei dir vor. Als der Bauer das hörte, wurde er so blass, wie es bei seinem braunen Gesicht möglich war. Er erklärte dem Doktor lieber wolle er sterben, ehe dass er sich mit einem Messer mitten in den Leib kommen lasse und damit bezahlte er seinen Thaler und machte dass er fort kam. Das war am Dienstag. Am Donnerstag konnte er es aber nicht aushalten vor Wehtag. Die Bäuerin machte ihm bald kalte, bald heiße Umschläge, doch es wurde nur immer schlimmer danach. Der Bauer rührte das Frühstück nicht an und aß auch kein Mittag, so dass es der Bäuerin ganz Angst wurde, denn das hatte sie in ihrer 20 jährigen Ehe noch nicht erlebt. Sie quälte ihren Mann, er solle zum Arzte fahren, aber der Hof, gerade in demselben Augenblicke als Trina, die Magd, die alte Zuchtsau hinausließ. Kaum hatte Phenus, der vor dem Nachtwächterhause in der Sonne lag und nach der Katze schielte, die auf dem Backofen saß, das gemerkt, wuppdig war er über den Zaun und fuhr der Sau in die Pürzel. Vermuckter Köter, kreischte die Magd, aber das half nichts, denn mit Giff und Gaff sauste Phenus hinter dem Schweine her. Der Bauer langte gerade nach der Peitsche, um dem Hunde das Fell zu gerben, da prallte die Sau mit der Rüsselscheibe gegen den steinernen Torpfeiler, fiel um und rührte kein Glied mehr. Oh Gott, schrie Trina, unsere beste Söge, die ist nur Dode. Schietendübel ging langsam näher, bückte sich das Tier wirklich tot sei und als er merkte, dass es so war, musste er ganz fürchterlich lachen. Aber mitten im Lachen hörte er auf, kullerte auf sonderbare Weise, griff sich erst nach dem Halse und dann nach dem Munde, spie eine Masse Blut und Eite aus, schrie dann Trainermädchen, Wasser! Trank und spuckte, trank und spuckte abermals und dann ging er so schnell sein Gewicht es ihm erlaubte auf die Diele und brüllte Mutter, es ist auf, das Geschwür, ohne Doktor und Messer ist es auf und dabei schlug er sich auf den Schenkel und schwierte vor Lachen, das hat Venus schuld und nun will ich den Hund haben und wenn es mich Zehntaler kosten tut! Als er dem Nachtwächter die Zehntaler hinlegte, sagte selbst Kreinfurts Mutter nicht mehr, nää! Und Venus, der in Erinnerung seiner Tat sich etwas im Hintergrund gehalten hatte, war sehr erstaunt, als der Bauer ihn mit süßen Lauten heranlockte und auf den Hof mitnahm, wo die Bäuerin ihn so fütterte, dass ihm beinahe das Fell platzte. Seitdem lebt er gänzlich auf dem Vollmeier Hofe, ist noch unverschämter geworden, hat aber an Beliebtheit nicht abgenommen, denn wäre Venus nicht da gewesen, so stände der alte Hof nicht mehr, dessen Wohnhaus noch aus der Zeit vor dem großen Glaubens Kriege stammt. Drei Tage lang war Venus Nacht für Nacht ausgeblieben und morgens hungrig, dreckig und meist übel verbissen heimgekehrt. Die Ursache zu diesem fortgesetzten Lebenswandel war irgendeine liederliche Fixkötersche in der Umgegend, mit der Venus die Rasse fix mal fix zu züchten beabsichtigte. In der vierten dieser verlumpten Nächte wachte nun der Bauer von einem Riesen- oder Abgottsgetöse auf, das Venus von sich gab. So schrecklich bellte und heulte der Hund durcheinander, dass der Bauer unbesonnen aus dem Bette sprang und auf die Diele lief. Und da bekam er Brandgeruch in die Nase. Es war die höchste Zeit. Eine Viertelstunde später wäre das Haus und wahrscheinlich alles, was darin lebte, in Asche aufgegangen. Da da aber Venus rechtzeitig gebellt hatte, blieb das Haus größtenteils erhalten. Seit diesem Tage kann Venus machen, was er will. Doch die Rücksicht, die man auf ihn nahm, wenn er irgendwelchen Unfug anstellte, und die Ehren, die ihm von jedermann, sogar von Supo Heinrich, zuteil wurden, wirkten wandelnd auf ihn, und so ist er einer der gesittetsten Hunde im ganzen Dorfe. Das ist ja auch weiter kein Wunder, wurde er doch der Auszeichnung gewürdigt, von einem jungen Maler, der einige Zeit in dem Dorfe Studien machte, in Öl gemalt und in einem pompösen goldenen Rahmen in der besten Stube des Hofes aufgehängt zu werden. Und da hängt nun zwischen den Stichen preisgekrönter Deckhengste schiedendüwelscher Zucht das Bild von Phänus dem Fixteria. Mäuschen im Busch Im Graben steht ein Schleenbusch, auf dem sitzt die Goldammer und singt in einem fort Wie hab ich dich lieb! Nun bricht sie ihr Lied in der Mitte ab, sträubt das gelbe Schöpfchen, wippt aufgeregt mit dem Schwanze, hält den Kopf schräg und sieht unter sich. Da schwanken die langen Halme hin und her, da rispelt und krispelt es im Grase, raschelt und rappelt es unter den Brombeer Ranken. Noch ein Weilchen ist der gelbe Vogel im Unklaren darüber, ob es vielleicht nicht das Wiesel ist, das da herumstöbert. Dann aber singt er beruhigt weiter, denn harmlos und ungefährlich ist das Mäuschen, das jetzt unter den Ranken erscheint. Ein Zwergmäuschen ist es, ein allerliebstes Kerlchen, halb so groß wie eine andere Maus. Es sitzt da, sieht sich um, macht einen Sprung, fasst eine Fliege, die vom Tau noch Flügellahm ist, springt mit ihr im Mäulchen wieder unter das dornige Ranken Gehege zurück und macht sich daran, sie zu verspeisen. Niedlich sieht das Mäuschen aus, wie es da auf den Keulen sitzt, die Fliege zwischen den weißen Pfötchen hält, ihr mit den scharfen Zähnen Flügel und Beine abknipst und sie hastig aufknabbert. Dann leckt es sich die weißen Lippen, streicht sich die seidenen Schnurrhaare zurecht und sieht sich mit den funkelnden schwarzen Augen nach neuer Beute um. Schon macht es einen Satz nach der Gegend hin, wo ein blanker Käfer über die Scholle krabbelt. Doch da zuckt es zusammen das Mäusemännchen, denn es bekam einen großen Schreck, ein großer Schattenstrich über den Boden hin und schnell verschwindet es unter dem Schleedornbusche. Es war zwar nur eine Wildtaube, die zu Felde fallen wollte, aber es könnte ebenso gut der Böse Sperber sein oder die schlimme Krähe und weil Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit ist, machte das Mäuschen einen flinken Hops und sitzt geborgen wieder umberranken, wo so leicht kein Feind es fassen kann. Bald aber hat es seinen Schreck vergessen und huscht wieder geschäftig zwischen dem welken Laube und dem jungen Grase umher, zerraspelt hier ein Samenkörnchen, knabbert dort eine Knospe auf, macht dann eine Motte und darauf einer Raupe den Gar aus, zupft und leckt sich sorgfältig sein braunrotes Fell zurecht, überrumpelt eine fette Graseule, die just aus der Pappe gekrochen war und gerade dabei ist, ihre Flügel zu entfalten, reinigt sich abermals umständlich das Mäulchen und und eine ganze Zeit still da sich der Sonne und der lauen Luft freuend auf einmal erwacht es aus seinem Halbschlaf dreht sich schnell herum und hüpft mit langen Sprüngen unter den Brombeeren her nach dem Grabenufer denn dort klettert ein Mäuseweibchen in dem Gestrüpp umher sofort ist das Männchen bei ihm und es gibt ein Gekletter hin und ein Gerenne her zwischen Stängeln und Halmen und ein Gepiepse hier und ein Gezwitscher dort bis das Mäuseweibchen einsieht dass es keinen Zweck hat länger Spröde zu sein und es mit dem Mäuserich fröhlich herumspielt bis beide von dem Springen Rennen und Klettern hungrig geworden sind und zwischen den roten und weißen Taubnesseln nach Nahrung suchen ein vergnügtes Leben führen die beiden Mäuse hier am Rhein wenn bei Nacht das eine auch beinahe einmal von dem Keuzchen erwischt wäre und bei Tage das andere sich nur mit knapper Not vor dem Turmfalken in ein Maul Wurfs retten konnte ihr Gedächtnis ist kurz sie vergessen schnell Angst und Not leben fröhlich in den Tag hinein bis das Mäuse Weibchen immer unliebenswürdiger gegen das Männchen wird sodass dieses es schließlich allein lässt das Weibchen hat nämlich wichtigeres zu tun als herumzuspielen und sich mit dem Männchen zu jagen es hat sich in dem Schleenbusch eine Stelle ausgesucht wo die Brombeerranken kreuz und quer die dornigen Zweige durchflechten und hohes Schilfgras emporgeschossen ist da schlüpft es hin und her ein langes blondes Grasblatt vom vorigen Jahr zwischen den Zähnen haltend das wickelt es um einen Zweig schlingt es um einen anderen knotet es in einem dritten fest holt ein neues Blatt knüpft es neben dem anderen an und arbeitet so lange bis ein rundes Nestchen so groß wie eine Männerfaust mit einem engen Eingang an der Seite im Rohbau hergerichtet ist dann sucht es sich die zartesten der alten Grasblätter zers zerschrotet zerschrotet mit den Zähnen polstert damit das Nestchen aus und verbessert es noch hier und da bis nichts mehr daran zu tun ist ein paar Tage später liegen Tafel Heimen die sich dicht an den Dornbusch herandrängen in dem Weißdorn stehen ebenfalls einige und so ist der ganze Feldrand mit gut versteckten Mäusenestern besetzt Wenn es dämmerig wird ruschelt es überall zwischen den Halmen und raschelt es im Laube Hier klettert ein Mäuschen da ton eins und dort hüpft ein anderes Am Boden huschen sie umher und fangen Käfer und Raupen sitzen auf den Spitzen der Halme und packen die schlafenden Fliegen hülsen die halbreifen Körner aus und freuen sich ihres Lebens bis auf einmal das Keuzchen lautlos herangeschwebt kommt und mit einer unvorsichtigen Maus in den Krallen davon fliegt um sie seinen Jungen zu bringen die auf dem hohlen Wipfelbaum sitzen und der alten gierig die Beute entreißen aber ob das Keuzchen auch Nacht für Nacht hier jagt der Mäuse werden eher mehr als weniger denn der Winter war mild der Frühling trocken und der Sommer ist warm und so vermehren sie sich dass es den ganzen Graben entlang von ihnen wimmelt und krimmelt und über allem Feld wo die Klüngel wicken die Halme zusammengesponnen haben ein Nest steht in dem ein halbes Dutzend oder oder Meer Junge heran wachsen doch da kommt ein Gewitter nach dem anderen und bringt schwere Regengüsse Hagelschlag und Kälte der Sturm entblößt die Nester der Regen prasselt hinein und wäscht die Mäusebrut heraus hunderte von jungen Mäusen erstarren und von den Heranwachsenden kommt eine Unmenge um die das Regenwasser in den Graben hineinspült oder die eine Krankheit ergriffen hat die Übrigen führen ein trauriges Leben in den Büschen bis endlich die Sonne wieder scheint das Feld trocken wird und die Mäuse Leid und Not vergessen abermals Nester bauen und Junge aufziehen und ein paar Wochen später kribbelt und krimmelt es überall wieder das ganze Feld entlang und nachts schlüpft und hüpft es zwischen den Halmen und turnt auf den reifenden Haferrispen herum so dass das Keuzchen mit seinen flügen Jungen nicht lange zu suchen braucht um satt zu werden dann aber rückt der Bauer heran und großes Elend kommt über das fröhliche Völkchen die Sense fällt die Halme samt den Nestern darin und nun heißt es flüchten zu Hunderten rennen die Mäuse vor den Binderinnen dahin schlüpfen unter die Büsche verstecken sich in den Gräben kriechen in die Gänge der Feldmäuse und in die Maulwurfslöcher hinein denn über der Erde ist es bei Tage nicht sicher da rennen die Hunde hin und her und beißen die Mäuschen tot oder scharren die aus die sich in den Erdlöchern bargen und die Turmfalken rütteln über den Stoppeln stoßen bald hier bald da hinunter und greifen fast nie fehl kahl ist das Feld geworden Herbstseide zittert auf der Stoppe und die reisenden Kraniche Trompeten vom hohen Himmel herunter die Feldmäuse rutschen in ihren Gängen entlang die Zwergmäuse haben fast alle das Feld verlassen die einen sind nach der Dieme verzogen andere nach den Scheunen der Bauern einige suchten im Randgebüsche des Waldes Unterkunft das alte Weibchen aber das im Schleenbusch gebaut hatte ist ihm treu geblieben er hat ihm in der guten Zeit Unterschlupf und Nahrung geboten hat es geschirmt als der Regen rauschte und der Wind pfiff und wird es auch Wintertag hüten so bleibt es wohnen nähert sich von Grassamen Käfern und Puppen und alten Schleen und Brombeeren die im welken Laub am Boden liegen wo es sich zwischen den dornigen Zweigen ein warmes Winternest gebaut hat wenn aber der Winter vorüber ist die Sonne wärmer scheint und der Goldhammerhahn von von der Spitze des Strauches den Frühling lobt dann wird das Mäuschen im Busch wieder ein Nest aus weichen Grashalmen zwischen den Zweigen zusammen flechten und dafür sorgen dass seine Art nicht aussterbe zuhören wenn dir die erzählungen gefallen haben und du noch nicht schläfst würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen und falls du noch nicht schlafen kannst findest du hier noch mehr Erzählungen bis bald bis 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 bis